Wo keine Fragen sind, kann auch kein Fragender mehr sein. Wenn sich die Welt in Dualität ergibt, gibt es einen, der Konflikte sieht. Wenn dieser eine alles ist, was Polarität bedeutet und sich nicht auf eine Seite zu flüchten vermag, gibt es keinen Ausweg und keinen Eingang und keine Grenzen und keinen Begrenzten. Wenn diese Welt in religious